Mutter zockt einfach Fortnite, wie nice ist das denn? Oh, jetzt. Danke, danke. Macht 20 Klicks mehr. Oh, jetzt. Oh, wie sie alle mit dem Stuhl hier sitzen. Hä, jetzt ist der Emote-Sound wieder da? Oh. Ich höre jetzt auf mit Emoten. Oha, ich hab Gänsehaut. Yes, 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 Misty Meadows. Hä? Nein, mein Misty. Und mein Pleasant. Ich hoffe, die Orte neuen. Wenn die zerstört werden, dann gibt's schon der Stress. Dann brauch ich eine neue Loot-Routine. Äh. Oha, oha. Oha, oha. Hä? 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 Auf einmal, noch mal ne Runde. Hä? 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 Wo seid ihr? Hä? Hier ist ein Licht am Winken. Ach, wir sind alle einzeln? Ihr seid unbewaffnet. Und überall sind Totten. 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 Ach du Scheiße. Scheiße. Wenn die Patrouille weg ist, hol ich euch raus. Ich muss raus. Hier, wir links neben mir einfach fickt. Ja. So geil. Geil. Okay, los. Wir haben nicht mehr. Wir haben nicht mehr. Man kann durch. Oh mein Gott, man kann einfach gerade durch. Los, Action. Ich glaube ja, wir haben ja auch tot. Okay, okay, hier. Warte, ich glaube, hier waren gerade welche. Wir müssen aufeinander aufpassen. Oha, ich sehe euch. Guck mal, hier seid ihr. Wo seid ihr denn überhaupt? Ich glaube, hier ist sogar ein Geil. Mama? Hier bist du. Ach hier, guck mal, hier sind wir. Geil. Komm schon, komm schon. Oha. Oh. Oh mein Gott. Geil. Oha. Und jetzt? Wahrscheinlich hier rüber gehen. Ah hier, okay. Oh mein Gott, hier sind so viele Leute. Wir sind voll blockiert. Wir wurden gesehen. Ah. Ich bin nicht da. Beziehbar auf mich. Ein freundlicher Baum. Keine Vorrat. Auf. 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 Ah. Ah. Was muss er machen? Der fegt wieder! Ja, ich seh's! Und jetzt? Okay, ich muss kurz nachdenken. Denk mal ein bisschen schneller nach, Elvira. Da vorne ist deine Transportröhre. Das könnte klar sein. Transportröhre. Die Dinger hier wahrscheinlich, oder? Der fegt einfach. So, und jetzt? Ach, da unten! Hier! Oh! Hier! Scheiße! Oh mein Gott! Voll geil! Sei mal bitte etwas leiser. Also, ich bin drüben, aber nicht die ganze Zeit, bis ich nach oben bin. Da war Müllsack. Oha! Wo kriegt der Schaden? Oh, die Kamera! Wir sind wohl sicher. Vorerst wachsam bleiben. Wir sind wohl sicher. Vorerst wachsam bleiben. Wir sind wohl sicher. Vorerst wachsam bleiben. Wir sind wohl sicher. Da vorne sollte noch eine Röhre sein. Oh, wie viele Spieler hier sind. Heftig, oder? Das werden dann gefühlt immer mehr. Hä? Was ist das? Oh Gott, hier guck mal, die Shadow-Tüten! Die Handjahre! Die Handjahre! Ja! 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 Die Arm! Arm umgeben von den Alien-Eiern! Oh! Ein Regenbogen für euch! Ja, okay. Wir müssen weiter aufpassen. Tschüss! Boah, ist er jetzt nicht gewesen. Er ist mitgefallen. Ich muss ja sagen. Er ist schafft ab in die Röhren. Oha! Ich wurde gehittet! Ja, von dem Zeug, was da rumfliegt. Einfach Schaden kassiert. Sehr gut. Die Bomben sind da. Nein! Nein! Sehr gut! Oh! Oha! Ach guck mal, das ist hier, wo wir eigentlich dieses Spiel immer spielen, mit dem wir die Dings kriegen. Unter Wasser! Die Waffen. Ach da! Ja! Oha! Och, dieser Dummy! Ich frage mich, wie sie hier eben wieder rauskommen wollen. Gar nicht. Oh mein Gott. Ich bin nicht hier rumwagen. Jetzt sprechen wir uns. Ich möchte nichts sagen, aber ich habe etwas, etwas Angst. Oh Gott, sorry! Oh! Wir drehen schon was einfacher. Wenn hier jetzt Kevin the Cube auskauft, dann dreh ich durch. Tja! Das ist... Ja! Das ist Kevin! Was? Ja, Mann! Oh shit! Ich hab' so Gänsehaut! Ich könnte die ganze Zeit schlafen, gleich bin ich so den bord noch mal! Das war die geilste Season immer auch mit, Season 6. Ist einer gestorben? Wir müssen das Ding schnell fertig machen, und wie? Ich spring da nicht gegen, ihr könnt mich mal marschlecken. Oh mein Gott. Wir verrecken welche. Wir sterben alle. Ich hab gar keinen Bock. Oh mein Gott. Oh. Hä? Wir sind noch da. Wir müssen die Ocken scharf machen, jetzt. Jo, wir haben alles, alles viel überlegt. Hä, wo sind jetzt alle hin? Das war uns bestimmt nur so angezeigt, dass die weg sind, weißt du? Ich glaub nicht, dass das echt war. Aber die... Ja, viele sind gestorben, ich weiß nicht, ob die respawn werden, aber ich denke mal. Ich hab Angst. Und jetzt? Ich hab Angst. Ihr habt eure Zeit getan. Jetzt muss ich meinen tun. In diesem Krieg sind wir einfach hoffnungslos unterliegen. Ich hol euch nicht zurück. Was? Bist du dumm oder so? Die hat uns ausgenutzt. Hab doch gesagt, Suicide-Kommando. Hä, was macht jetzt? Wir sind jetzt... Wir sind hier drinnen und sie holt uns nicht zurück. Hä? Ich kann nicht... Loll. Ja, guck was ich mache! Wo? Bei Kevin the Cube, ihr könnt das Ding anfassen. Neustarten. Oha! 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 Geht hier? Oh Gott, wie schön das aussieht! Oha! Oha! Voll magisch! Ah! Oha! Voll magisch! Ah, wir haben die anderen neu gestartet! Ah! Wir haben den Würfel neu gestartet! Er ist blau! Und jetzt? Ah! Ah! Die Ultimo. Ah! Was passiert jetzt? Aufzug, wir gehen nach oben. Wir gehen hoch. Tja, sie hat gedacht, sie kann uns besiegen. Ja, wir sind ultimativ. Eine Minute noch. Bis zur Explosion. Ach, das steht da drauf. Hab ich gar nicht gesehen. Auf dem Rucksack, ja. 56 Sekunden. Hä, wo gehen wir jetzt hin? Was ist das denn? Hä, was ist das? Ach, wir sind im UFO drinnen, oder? Ja. Oh mein Gott. Oha. Oha, ey. Ich will dich riskieren. Ah, kann man nicht. Kann man nicht. Nee, okay. Oha, und jetzt? Wir verrecken in 20 Sekunden. Da ist noch einer. Noch eine? Hä? Nein. Da sind ganz viele. Oha. Zehn Sekunden noch. Alles, Mensch. Oh, guck mal. Das sind alles. Kennt ihr das? Oha. 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 Oha, was? Ich schwöre. Weil die Bomben sind explodiert. Es explodiert alles. Oh, schau mal ein Bildschirm, da geht's voll. Oh mein Gott, ich hab Angst. Äh, äh. Bitte Misty, bleib bei uns. Oha, was ist jetzt los? Misty. Also guck mal die Würfel. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Mehrere. Ich komm gar nicht klar, was hier passiert. Oh Gott. Oh, das Ufo. Genau, verreck, weg mit dir. Boah, das sieht krass aus. Oh mein Gott. Wir sind tot. Nein, das ist jetzt nicht das Ende, oder? Doch, das Ende von ganz vorn. Nein, leise, leise. Nein. Fortsetzung, voll. Ja, schau schon. Oh nein. In Season 8, ihr Arschgeist. In 12 Stunden heißt morgen früh, ja.